Apple War Pictures, ähm, auch sehr nette Leute, obwohl ich die Videos nicht geguckt habe, aber ich treffe die irgendwie, die laufen hier immer so vorbei, also, hallo, ja, man kennt sich, ja, hallo, hallo, so, und dann, das war's dann auch. Ich glaube, einer, wie hieß der, Chan von Apple War Pictures, ja, der hat einen Meerschweinchenkanal, den habe ich abonniert, die finde ich toll, also ich gucke die Meerschweinchenvideos lieber als die anderen Videos, die sie machen. Musik Musik